Hey Leute was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute werden wir Bottet Games probieren. Wie gesagt, Spiele wie Jaybreak sind da echt dann unrelevant auf der Frontpage. Genau, man kennt ihn. Nämlich Jaybreak ist soweit nach hinten gerutscht, dass es sogar auf der zweiten Frontpage Seite ist. By the way, da sind dann auch noch mehr Bottet Games wie dieser hier, den wir unbedingt ausprobieren müssen, denn das ist eine Rate von 5%. Das heißt, dieses Spiel kann nur gut sein. Und hier haben wir momentan noch Dropbox mit Bottet Games Problem zu tun. Das Problem habe ich schon mal eingereicht. Ob es behandelt wird? Weiß nicht. Aber ich habe es mal gemacht und wir werden das Bottet Games ausprobieren, ob es wirklich das, was sie gebotet haben, wirklich gut ist. Und ich würde sagen, wir gehen sofort in den ersten. Nämlich den Bang-Take-Kun, denn der sieht nicht so scheiße aus. Ich weiß ja nicht, ob man noch Likes botten kann, aber ich würde sagen, los geht's. So, sind wir jetzt auf dem Bang-Tycoon. Ähm, ja. Was soll man kurz sagen? Das sieht ansatzweise gut aus. Ich schätze, es wird nicht so aussehen wie im Spiel. Und wenn wir mal kurz in den Store gucken, ja, da wird echt Knete gemacht. Ähm. Und wenn wir jetzt mal die Spielerliste angucken. Ja, nur Bots. Man kennt ihn. Und deswegen würde ich sagen, steppen wir sofort ins Game. Angekommen wäre ich jetzt noch mit irgendwelcher, äh, ja, Premium-Kacke, also sofort. Ja, cool. Ich werde sofort auch einen Fidget-Spinner kaufen. Guck mal, wie mir sowieso alles hier angedreht wird. Okay. Also. Ähm. Ich sehe keine Bäume. Ich sehe Crates rumliegen. Kann man die roten Crates einsammeln? Okay. Ich krieg ein Gear, das nicht funktioniert. Ein echt tolles Spiel. Also wenn das, was das auch noch da sein soll. Was ist das? Ah, hier wird noch Geld verlangt. Schmeckt. Okay. Was ist denn der Money-Helikopter? Also ich werde das Spiel nicht spielen. Ich werde es mir nur grob angucken, denn jeder weiß, dass, ja, ne? Was ist das? Hallo. Free-Model, by the way, noch. Und 500. Okay. Ähm. Oh, oh. Die Plattform fliegt. Qualität. Kann man sich die hier geben? Fahre mal kurz. Weil hier ist ja was. Wenn wir kurz reden, nimm uns mal die Boombox. Ah, ne. Das kostet Geld. Okay. Ähm. Ja, das ist halt ein Tycoon, ne? Was ist mal da gut zu machen? Ähm. Die G.O. Eyes. Meiner Bewertung nach, gehen wir übelst auf den Sack. Das ist viel zu groß und das geht, also das hier geht gar nicht klar, ne? Das ist ja manchmal aus Obbys gewohnt, aber trotzdem, das geht gar nicht klar. Und ja, was soll man so sagen? Hat Botted Games, ne? Okay, jetzt gucken wir uns mal den Destruction Simulator an. Der scheint ja wenigstens ansatzweise, ähm, ja, dezent scheiß zu sein. Der hat sogar seinen eigenen, nein. Der hat sogar seinen eigenen Trailer. Ähm. Guck mal, Server. Ja, das sind Bots hier. Also es könnten auch natürlich keine Bots sein, auch normale Bacons, aber ich weiß es nicht. Also es kommt mir bei manchen, so das wäre jetzt die Ausnahme, das hier, aber ob das alles richtige Spieler sind, das ist halt wie eine Frage. Ich würde sagen, gar nicht drüber labern und los geht's. By the way, hier gibt's echt, ähm, ja, gut verdiente Pack, äh, VIP Passages, ne? Also 2399. 4999 für Infinity Nitro. Nice. Okay, in Destruction Simulator angekommen, ähm, ist es mal wirklich ein Sonderfall, sag ich mal dazu? Diesmal sind auch die Bots ingame und nicht irgendwie verstreut und nicht da. Das heißt, wir sehen hier ganz viele Bots. Wie viele sind davon Spieler? Gefühlt nur drei. Ey, das läuft ja richtig auf dem Server, Alter. Also war meine Vermutung gar nicht so schlecht, dass das vielleicht doch Botted Game ist. Ja, wir haben hier ein, äh, eigentlich, es geht ansatzweise unscharfes, äh, Menü, ne? Man sieht ja auch hier der Hintergrund, ne? Professionell. Ähm, ich würde jetzt einfach sagen, wir Credits. Das geht ja gar nicht mal. Echt, tolles Spiel. Einfach auf Play drücken. Ja. Erstmal im Spiel angekommen, wenn wir sofort hier mit join this starten in der Description for Codes. Check to hide. Und natürlich auch Geld. Also hier wird auf jeden Fall Profit echt stark gemacht. Ich würde sagen, äh, schon mal Pluspunkt dafür, dass man halt nur auf Robux hier, ähm, ja, auch gemacht. Ach so. Ich hab jetzt gedacht, man könnte auch jetzt das andere noch halten. Okay, nein. Also dem User wird anscheinend aufgezwungen, hier noch Geld zu kaufen. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Also es sieht nach einem langweiligen Simulator aus wie jeder Fünfte. Ähm, erstmal hier voll gemüllt mit Follow-Or-Socials. Das werde ich natürlich jetzt hier, äh, nicht machen, ne? Weil sowas gehört sich nicht an die Frontpage zu botten. Break the Parts and sell them. New Codes hidden around the map destroy things. Also überall Schirri, die da eigentlich gar nicht, äh, irgendwie weiterhelfen. Und jetzt gucken wir mal. Ähm, Skilled destroyed, Uber members only. Das sind Uber members, okay. Nitro members only. Also hier wird wie gesagt eindeutig auf Profit ausgelegt. So. Ich hab hier ne Wood Shovel. Mach ich jetzt grad ernsthaft ein Haus mit einer Schaufel kaputt? Mein Backpack ist voll. Ah ja. Ach, ich seh gerade, das sind Death Products 750. Fünf Minuten, hallo? 15. Das heißt, es wird nochmal viel mehr Geld gemacht als doch gedacht eigentlich. Infinity. Das ist dann wieder der Game Pass, okay. Aber der Rest ist halt wie so ein Abo. Boah, so ein Ding, das abläuft. Hier auch wieder mal sehr tolle Qualität. Was soll ich dazu sogar sagen? Sailor Parts 50. Ich glaub das Spiel kann ich nicht weiterspielen, sonst weil das Spiel mich einfach aufregt. Okay, jetzt spielen wir das Spiel. Supervillian Tycoon. Da fanden sie gar nicht aus, als ob es ein Clickbait, äh, was heißt Clickbait? Äh, von so einem YouTube, äh, hier, ne? Hier, Qualität, dies, das. Wir gucken was wir machen. Wir haben einen Store. VIP 100. Server. Scheinen die gleichen zu sein. Also rein geht's. Wieder mal das gleiche Prinzip. Ich hätte es auch nicht anders erwartet. Äh, überall Glitzer Glitzer in Regenbogenfarben. Unlimited Cash. 1.500. Deadly Sword. 350. Oh mein Gott. Ein iPhone X, das muss ich unbedingt haben. 65 Rubux für ein iPhone X. Oh mein Gott. Was ist ein VIP? Oh, also das sieht echt sehr qualitiv aus. Oh, warte mal. 100? 100? Okay, ich bleib sofort wieder stecken. Eine sehr gute Taktik, aber, ich glaub das kann ich bestimmt austricksen, wenn das, Fremoder Heli, wenn das bestimmt, warte mal, hold on. Das sieht so aus, wie eine Gamevorlage für Tycoons. Und genau das mit dem anderen Spiel. Ah ja. So, wir haben jetzt hier einen grünen Block. Das kann doch bestimmt nur eine Crate sein, oder? Oh. Diesmal eine Crate ohne Cash zu bezahlen. Da ist die Frage, was ist denn diese gelbe da? Gehen wir mal da hin. Dann gucken wir uns mal diese gelbe Crate an. Das kann ja nur, äh, ja, qualitiv sein. Oh mein Gott, Sie glitzer schon. Okay. Das Spiel hat diesmal ein bisschen kleinen Vorteil. Äh, erstens, das ist nicht wie beim ersten Spiel, äh, vollgemült mit, äh, kauf dies, kauf das. Ja, natürlich ist es auch hier, ne? Aber, mal gucken. Ich glaub, die Preise sind gleich. Da wird sich nichts dran ändern. Ja, also die Preise sind gleich, äh, außer dass wir da noch ein paar andere Dinge haben, wie ein Jetpack. Und das kostet genauso viel, wie ein anderes Traum. Also hier wird eindeutig nur auf Profit ausgesehen und nicht auf, irgendwie, wirklich Quality, was man eigentlich von Roblox Games erwartet. By the way, ich muss sagen, der Supervillian Tycoon, der hat mich irgendwie ansatzweise an nichts erinnert, das mit irgendwie Superheroes zu tun hatte. Äh, also schätze mal nur einer Clickbait. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal hier gucken, hier ist zum Beispiel J-Bake. Hier ist Arsenal. Hier ist ein Spiel, das ich noch nicht gespielt hab. Aber, guess what, wo ist das Spiel? Ah, hier, genau. Das mit den 5%. Resort Tycoon. Guck mal. Welcome to Resort Tycoon. Feel free to a new resort. Enjoy the game. Don't forget to thumbs up. Sieht man. Favorite in the game like. Join the group for more updates and special bonuses. Das Spiel wurde am 08.07.2019 created. Also gestern erst sogar. Dann wurde es heute geupdatet. Und wenn wir mal reingucken in die Server. So. Alles wieder gebotete Spieler. In den meisten Fällen. Der Store sagt auch wieder hier sehr viel. Guck mal. Das ist sogar von Welcome to the Neighborhood auf Robloxia sogar das Icon geklaut. Also hier wird echt, ähm, ja, viel Mühe reingeben. So. Okay. Check out the awesome benefits. Justin, Death, Tycoon, bla bla bla. Äh, to get free in-game. Okay. Also wieder mal. Hier wird ein was aufgedreht. Ähm, und, äh, ja. Ich glaube nicht, dass er den, ähm, den, ähm, hier das Auto selbst modelliert hat. Daran glaube ich nicht. Bei den ganzen Spielen, so wie es hier aussieht. Hier wird also wieder auch. Wann mal. Oh. Oh. Oh, shit. Es gibt ein iPhone XS. Ah, ja. Ähm. Okay. 125 Robux. Wie viel kostet das Exotica? This item was not changed by Voyaghan. We had not changed. Okay. Gleiches Prinzip. Man hängt wieder fest und wird getötet. Ähm. Dann die tollen, äh, Items wieder. Schmeckt. Funktioniert auch. Wie viel kostet das nicht hier? Okay. 99 Robux. Also. Ihr seht eindeutig, dass... Bitte. Spendet in so welchen Games. Keine Robux. Okay. Das ist nicht gut. Wie kann man bitte 280 Robux in dieses Spiel investieren? Also, ich weiß da nicht. Ich will jetzt keinen kritisieren, der das gemacht hat. Aber warum? Oh. VIP Heads. Ah. Geht auch nicht. Ai, 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 Leute. Wo sind wir gelandet? Wo sind wir gelandet? Also, das Spiel verdient wirklich seine 5%. Was steht eigentlich hier? How to play? Find a Tycoon and buy droppers to collect cash with the cash. Use it, build your amazing mansion. Das hört sich in deinem Spiel an. Das ist das... Äh. Ja. Man sieht hier. Hier werden Burger verkauft. Ah. Und da wird auch nochmal donated. Also, da... Man will hier echt, äh... Versuchen schon, jedes einzelne rauszubekommen. Ding ist. Bestes Spiel. Funktioniert ja perfekt hier. Am meisten andere Texturen drin mit Meshes. Schmeckt. Ähm. Was gibt's noch? Einmal reingucken. Ja. Ob die Buie jetzt selbst gebaut ist, das kann ich jetzt nicht mit ihr nachvollziehen. Ähm. Aber ich kann nur sagen, der Rest ist in der gefühlt ne Vorlage. Deswegen ist das Spiel... Ja. Man sieht's auch hier. Ja. Seine 5% schon wert. Diving Simulator. New. Also, bei der Qualität des Bildes, äh, glaube ich schon, dass uns hier mehr erwarten könnte, eventuell. Ja. Hier wird auch nicht ges... Och, Junge. Oh, nee. Och, warum? 9.450 für Free Upgrades. Das ist ja fast so viel, wie ich momentan habe. Also, fast. Ich hab noch ein bisschen mehr, aber trotzdem. Und, ähm, warum? 8.525 für einen extremen Magneten. 2.225 für einen normalen Magneten. Ja, das sieht nach Bottet Games aus. Komm, wir kurz die Server an. Äh. Ja. Eindeutig Bottet Games. Das könnte aber... Vielleicht. Vielleicht. Die Bilder sind ja vielleicht auch geklaut. Kann auch sein, ne? Aber ich hoffe mal wirklich, dass das Spiel, äh, ansatzweise gut ist. Okay. Wir sind im Spiel. Ähm. Ich werde so von natürlich, wie es sich gehört, sofort in Coinbase. Superboost, XP-Boost und sonstiges wieder hingeschickt. Leaderboard und, äh, ja, Twitter, jetzt zeig ich das mal nicht. Ähm. Gucken wir mal, was haben wir denn hier so toll ist? Ja. Einfach gebastelt. Jetzt nicht viel Aufwand. Die Bäume, man kennt sie. Free Models. Aber ich hab nix gegen Leute, die Free Models nutzen. Ähm. Was ich gegen habe, dass man halt sein Game versucht, nicht Frontpage zu botten. Das, finde ich, ist schon dezent asozial. Richtiger Unehrenmann. Ähm. Ach. Noch mehr. Upgrades. Ja, guck nicht rein. Was ist das hier? Ein Shop anscheinend oder sowas? Okay, man verkauft da seine Sachen. Ich hab grad was gemacht. Mal gucken. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt da runter gehen. Also, Diving Simulator, das gab es doch schon mal sowas in der Art. Ähm. War auch beim Event gesponsert. Gucken wir mal. Also, wir müssen hier dann anscheinend Dinge collecten. Also, eigentlich wie jeder Simulator, du, äh, collectest Sachen. Nur, dass wir diesmal schwimmen und, äh, ja, Sachen collecten. Mehr aber nicht. Achso, das waren die Game Passes. Okay. Ähm. Aschein, das ist ein bisschen Upgrade Zone Price. Okay. Ja, wie gesagt, das scheint mir jetzt nicht, äh, also ist, ist, ist wenigstens qualitiver als das alte Spiel. Da ging ich eigentlich nicht so sagen, ne? Aber trotzdem, dass man dann von... Meine Kamera hängt. Ey, das ist ja ein echt geiles Spiel. Meine Kamera hängt. Guck mal, ich kann so weit rauszoomen, aber nicht mehr reinzoomen. Ja, also, ob das Spiel jetzt selbst gebaut ist, kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Ob es wieder geklaut ist, weiß ich nicht, ne? Aber, ähm, was ich sagen kann, von den Spielen, die ich jetzt getestet habe, war das eins der besten, äh, Aussehenden, aber es ist wieder ein langweiliger Simulator, also nichts Großartiges. Das war's mit diesem Simulator. Ist schon traurig, dass, äh, so welche Spiele an die Frontpage kommen, ähm, da halt die echte, die echte, äh, Schätzung der Wert, oder however, ähm, halt, ähm, nicht mehr gefördert werden kann, so, ne? Stell dir vor, ich hab ein echt heftiges Spiel und das wird einfach nicht mehr gezeigt, weil durch, ja, Frontpage-Botters langer zu. Das Ding ist, man sieht's ja auch eindeutig, dass, äh, komischerweise Adobe.me hinter als Mad City ist, ähm, was eigentlich keinen Sinn macht, also ich schätze mal, die Bots haben schon ordentlich, äh, ja, das System auseinandergenommen und ich würd sagen, ähm, ja, ich hoffe mal, Roblox klärt das oder schafft das, diese Seite und die Leute, die dafür zuständig sind, die die Bots verkaufen, äh, ja, mal richtig ne, äh, Ohrfeige so gesehen zu geben und dann mal zeigen, dass, das nicht gut ist. Wenn euch diese Video gefallen hat, geht doch nach oben, wenn ihr euch die Ehre, wenn ihr seid, eure Ebenfrauen, einfach ein Abo da und ich würd sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein Leute und ciao!